Basierend auf den Daten einer Excel-Pivot-Tabelle möchte ich ein Kursdiagramm erzeugen. Dies ist ein Nachtrag zu Video Excel 568 von Thomas Ramelkamm, der Hinweis, dass man auch mit dynamischen Bereichen natürlich und so über Namen den Pivot-Datenbereich ansprechen kann. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier eine Pivot-Tabelle. Ich habe hier gefiltert zum Beispiel nach fünf BMW-Modellen. Hier unten sind die Fahrzeugmodelle und ich ändere jetzt meine Selektion in der Pivot-Tabelle und mein Diagramm passt sich automatisch auf diese Fahrzeuge an. Im letzten Video habe ich diesen Bereich auf ein anderes Tabellenblatt kopiert, mit Verknüpfungen kopiert und darauf basierend das Kursdiagramm aufgebaut. In diesem Video wird die Lösung gezeigt, wie man das auch über dynamische Namen regeln kann. Namen finden wir im Register Formeln oben. Da ist der Namensmanager und bei diesem Namensmanager kann man selber Namen definieren, zum Beispiel indem man auf Neu klickt. Dank an Thomas heißt der Bereich jetzt der Name zum Beispiel und dann kann ich einfach einen Bereich selektieren und diesen Bereich, den kann ich jetzt zum Beispiel immer über diesen Namen ansprechen. Dank an Thomas gibt es nun. Ich kann mich jetzt hier zum Beispiel hinstellen und Summe von Dank an Thomas bilden. Da wird mir die Summe errechnet und so kann ich aber auch dynamisch ermitteln, von wo bis wo gilt der zu berücksichtigende Bereich. Das ist ja von der Zelle C4 hier gerade bei den Endpreisen, von der Zelle C4 soweit, wie es hier tatsächlich Daten gibt. Also zum Beispiel gibt es hier gerade 24 Zahlen. Das kann ich ja mit der Funktion Anzahl zählen. Ich kann mit Anzahl zählen, wie viele Zahlen es in diesem Bereich gibt. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, der Bereich geht von dort bis zu der Stelle, wo sich die letzte Zahl befindet. Ja, aber wie setze ich das jetzt praktisch um? Ich erzeuge mal ein Kursdiagramm, trage hier Maximumwerte ein, Minimumwerte. Ich trage einfach eine Zahl eintrück, STRG-ENTER und Schlusskurse. Die liegen da irgendwo mittendrin. Basierend auf diesen Daten, die ja nichts mit meiner Pivot-Tabelle zu tun haben, erzeuge ich jetzt ein Kursdiagramm. Bei den Diagrammen nehme ich das Kursdiagramm. Ich habe jetzt hier ein nichtssagendes Diagramm. Ich kann aber hier bei Daten auswählen, den Datenbereich neu einstellen. Das heißt, momentan gilt ja der Datenbereich, der hier markiert ist. Und das kann ich auch dynamisch gestalten. STRG-C, ich kopiere das mal und packe es auf meine Pivot-Tabelle. Ich lege es mal hier neben. So, mache die Spalten auch mal ein bisschen kleiner. So, das heißt, ich habe hier mein Kursdiagramm und hier sind meine Daten aus der Pivot-Tabelle. Die größten Werte, die kleinsten Werte und die Durchschnittskurse. Die Durchschnittskurse wären dann hier die dritte Reihe. So, und wie kann ich jetzt so einen Namen anlegen? Ich erzeuge das beispielhaft für die Beschriftung vorne und für den größten Wert. Und das mache ich folgendermaßen. Ich klicke auf Formeln, Namensmanager. Da habe ich ja schon meinen Dank an Thomas, den lösche ich mal. So, und ich nenne den mal Maximalwert, Maximalkurs. Maximalkurs und der geht von, das ist schon richtig markiert, von C4 bis, ich mache einen Doppelpunkt und tippe jetzt hier die Funktion Index und der muss ja den Bereich rechnen, bis wo der geht und da markiere ich einfach mal und ich weiß nicht, wie lang das tatsächlich wird und ich denke mal, also bei 100 Zeilen spätestens ist Schluss. Hier sind es 24, ich mache mal eine 100 raus. Das merke ich mir. Ich habe hier von C4 bis C100 theoretisch den Bereich. Wie lang ist aber der Bereich tatsächlich? Und mit der Funktion Anzahl, Anzahl kann man ermitteln, wie viele Zellen mit Zahlen sich in einem Bereich befinden. Da markiere ich jetzt auch einfach mal so einen kleinen Bereich. Da mache ich auch eine 100 raus. Also zähle von C4 bis C100, wie viele Zellen mit Zahlen sind da drin? Ich mache die Klammer zu. Ich mache das hier auch mal ein bisschen breiter. Nun habe ich also mit Index gesagt, da gibt es einen Bereich und mache den Bereich so lang, wie hier Zellen mit Zahlen sind und bleibe in Spalte 1, mache die Klammer von Index zu und der Bereich geht nun von C4 bis dorthin, bis dorthin, wo ich Zahlen habe. Da ich diesen Maximalkurs auch gleich für die Beschriftung brauche, markiere das hier also, STRG C, trage ich das zum einen hier ein, aber nun den zweiten Namen, den ich setze, den nenne ich dann Beschriftung und da kopiere ich dann einfach die Formel rein und sage, die Beschriftung läuft doch von A4 bis B, aber wie lang, wie lang, ach, dort wie Daten in Spalte C sind. Also da soll er jetzt gucken, wie viele Zahlen in Spalte C sind und so soll er mir auch den Bereich hier, die Beschriftung, aufspannen. Und so habe ich nun die Beschriftung, den Maximalkurs, das habe ich hier schon gemacht mit Schlusskurs und mit Tiefstkurs, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, diese Daten hier einzutragen, diese Namen einzutragen. Eine Sache fehlt mir aber noch, nämlich der Dateiname. Ich drücke mal die Taste F12 für Speichern unter, da sehe ich ja den Dateinamen, den kopiere ich mir mal kurz, STRG C. So, kopiert. Und jetzt gehe ich ins Diagramm hinein, klicke im Diagramm auf Daten auswählen und hier sehe ich ja die Labels zum Beispiel. Und ich klicke auf Bearbeiten und was sind meine Labels für die Achsenbeschriftung? Das ist in Strichen der Dateiname, Strich, weil da leer Zeichen drin sind, weil das ein langer Dateiname ist, Ausrufungszeichen, Beschriftung, also hier kann ich den Namen, hier kann ich den Namen dieses Labels ansprechen und das wird mir hier dynamisch eingesetzt. Dann habe ich maximal, ja wie hießen der, Maximalwert, Maximalkurs, habe ich genommen. Ich klicke hier auf Datenreihe 1, klicke auf Bearbeiten, das ist ja momentan noch dieser Teil hier. Nein, das ist auch jetzt gleich der Dateiname und Ausrufungszeichen, damit der Dateiname klar ist, Maximalkurs. War das Maximalkurs? Ja, klicke hier jetzt auf den nächsten Namen. Der nächste hieß Kleinster oder Tiefst, Tiefst hieß der, glaube ich. Klicke mal Bearbeiten, klicke mal hier runter, so, drücke mal die Taste F3, da sehe ich nämlich meine Namen. Also ich muss mir die gar nicht, gar nicht alle merken. Ich hole mir hier den Min, nee, den Schlusskurs, den Tiefstkurs, den Tiefstkurs, packe aber davor jetzt wieder den, ne, abdrücke. So, ich kann hier gerade nicht drin arbeiten. Also Tiefst heißt er, Ausrufungszeichen Tiefst. Und das gleiche, ich kopiere das einfach direkt einmal so. Und das gleiche nochmal für den letzten bearbeiten. Da bin ich aber durch. So, und das war der Schlusskurs. So habe ich den genannt. Ja, und dann habe ich hier ein Diagramm. Okay. Was sich basierend auf den Daten meiner Pivot-Tabelle über Namen errechnet. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel die Filiale Hannover rausnehmen. Hannover wird jetzt nicht mehr hier angezeigt. Ich kann die ganzen X- und Z-BMWs hier rausnehmen. Ich kann die also hier über die Selektion entfernen, klicke auf OK und mein Kursdiagramm zeigt die verbleibenden vier Modelle. Ja, und so kann ich auch indirekt über Namen die Pivot-Tabelle erreichen. Während der Lösungsweg aus dem letzten Video, ja, noch ein bisschen vereinfacht war, über, na, wo sind sie, über Verknüpfungen, über Verknüpfungen, die ich hier mit der Wenn-Funktion und in Bezug auf die Pivot-Tabelle setze, spreche ich hier direkt den Datenbereich der Pivot-Tabelle an. Also ist bestimmt intelligenter so. Vielen Dank an Thomas Ramel nochmal für den Hinweis und bis zum nächsten Video.